Willkommen bei Finanztalk TV. Die Inflation bleibt hoch. Warum das so ist, erklärt Ihnen Prof. Max Otte, deutsch-amerikanischer Ökonom, Fondsmanager und Leiter des von ihm gegründeten Instituts für Vermögensentwicklung in diesem Video. Wenn Sie das Thema interessiert, bleiben Sie bis zum Schluss dabei. Unterstützen Sie bitte unseren Kanal, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich mindestens ein Video. Abonnieren Sie deshalb auch unseren Kanal und schalten Sie die Glocke ein, um kein neues Video zu verpassen. Wirtschaftlich geht es natürlich Werterberg ab. Deutschland ist ja schon lange nicht mehr das reiche Land Europas. Das wird immer so dargestellt. Wir haben ja das niedrigste Haushaltsvermögen in der Eurozone und das schon seit sieben, acht Jahren. Das kam ja durch eine EZB-Statistik raus. Daniel Stelter legt das ja schön dar. Warum das so ist, möchte ich jetzt auch nicht. Aber wir haben schon lange Ausverkauf natürlich der deutschen Großindustrie, der Großwirtschaft an internationale Investoren. Der Mittelstand geht an Private Equity. Der Mittelstand ist natürlich durch Covid nochmal besonders bedroht. Der Mittelstand ist ein Herzstück der deutschen Wirtschaft. Und da ist die Pandemie natürlich kein Vorteil, weil das kleinere Unternehmen stärker trifft. Die Maßnahmen werden hier besonders rigide oft umgesetzt. Und damit hat Deutschland auch einen Wettbewerbsnachteil gegenüber manch anderen Ländern. Also insgesamt hat sich die Wettbewerbsposition Deutschlands weiter verschlechtert. Ich meine auch das politische Klima wird ja immer unerträglicher. Also von daher sieht es nicht gut aus. Insgesamt ist die Welt ja ganz gut durch diese Pandemie gekommen, weil eben sehr hohe fiskalische Impulse gesetzt wurden. Also nicht mehr das Gelddrucken der Notenbanken, wo dann die Geschäftsbanken viel Geld haben und besser Kredite vergeben können. Was seit 1987 eigentlich die Wirtschaftspolitik war. Geldpolitik, Gelddrucken, das wirkt nicht mehr. Negativzinsen wirken auch nicht mehr. Und jetzt machen ja immer mehr Banken Negativzinsen auch für kleine Kunden. Und spätestens seit der Pandemie haben wir eben auch Helikoptergeld und direkte Staatsausgaben. Sprich Infrastrukturprogramme, Arbeitslosenhilfe, Beihilfen und so weiter. Das Geld geht natürlich weiter in den Wirtschaftskreislauf direkt rein. Damit haben wir die Wirtschaft gestützt. Das sind fiskalische Impulse dieses letztes Jahr von 10 Prozent des BIP und dies Jahr wieder. Das ist eine Masse. Aber wir verzerren die Wirtschaft weiter Richtung Staatswirtschaft. Langfristig ist es auch nicht gut. Erstmal sind wir ganz gut durchgekommen. Ich sehe auch noch keine Veränderung. Also wir gehen weiter Richtung Staatswirtschaft. Es wird auch kein großer Absturz kommen, weil wir eben diese Stützungsmaßnahmen haben, die aber natürlich strukturelle Verzerrungen beinhalten. Aber was ja auch gegen Jahresende, gegen vierten Quartal klar wurde, wovor ich schon lange warne, viele andere auch, ist, dass die Inflation nun massiv ansteigt. Und das wird natürlich die Mittelschicht, also Mittelstand und Mittelschicht muss man ja auch unterscheiden, wird die Mittelschicht massiv treffen. Also ich erwarte, dass die Wirtschaft irgendwie weiterläuft, dass aber die Inflation steigt. Für Unternehmen ist Inflation gar nicht so schlecht für die meisten oder für viele. Die erhöhen ihre Preise und fertig. Aber es wird natürlich viele Haushalte treffen und viele Privatpersonen gewirkt. In den USA passiert ja schon ein teilweise zurückfahren der Geldpolitik. Die Zinsen steigen, aber das wird eben durch die Haushaltspolitik, also durch Staatsausgaben, durch direkt ausgabewirksame Staatsausgaben aufgefangen, die noch viel härter eingreifen, viel effektiver sind. Also Green New Deal, man gibt direkt Geld an Unternehmen oder in Form staatlicher Programme für irgendwelche grünen Investitionen. Das wird ja direkt wirtschafts-, also es wird direkt wirksam oder man gibt Arbeitslosengeld oder sonstige Beihilfen. Die werden auch sofort wirksam. Das ist keine Geldpolitik, das ist Haushaltspolitik. Die läuft weiter, also wenn wir jetzt die Geldpolitik zurückfahren, lassen aber die Haushaltspolitik sehr expansiv, sprich schuldenbasiert, dann wird erstmal nichts passieren, außer dass wir weiter auf Staatswirtschaft umschalten und die Wirtschaft wird weiterlaufen und die Zinsen werden steigen. Man merkt das ja auch schon, also es geht ja Richtung Fiskalpolitik, sprich die Druckerpresse wird eben nicht mehr unbegrenzt angeheizt, weil das Instrument langsam an seinen Grenzen angekommen ist. Also muss man zu härteren Instrumenten greifen. Staatsverschuldung ist jetzt erstmal nicht die Druckerpresse. Das führt ja schon dazu, die Tatsache, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren viel Geld gedruckt haben, führte jetzt dazu, dass die Inflation steigt. Wir haben einen riesigen Geldüberhang, der ist noch nicht nachfragewirksam, weil die Banken, auch Privatpersonen, Geld horten. Aber je mehr man merkt, dass dieses Geld eben entwertet wird, dann kommen inflationäre Erwartungen in das System hinein. Man denkt sich besser heute ausgeben, besser noch eine neue Küche kaufen oder ein Auto oder das Haus renovieren oder sonst was machen oder in Urlaub fahren. Also dann steigen die Preise und das sehen wir jetzt ja schon. Die Inflation ist hoch, erholen wäre eine Wirtschaftserholung. Nein, die Inflation bleibt aus meiner Sicht hoch. Es gibt einige Regierungsökonomen, die sagen, es wäre nur ein Niveau-Effekt, das würde sich alles normalisieren. Das ist vielleicht das bessere Wort. Davon gehe ich nicht aus, denn wir haben eben Angebotsschocks und Nachfrageschocks. Also die Angebotsschocks sind Lieferengpässe. Also in China werden Container langsamer abgefertigt, vielleicht weil sie wenden die Quarantänebedingungen sehr restriktiv an und da staunen sich hunderte von Schiffen. Das ist wahrscheinlich, weil man uns zeigen will, dass man auch ein Player ist und mal eine kleine Machtdemonstration. Es gibt Lieferengpässe bei Chips, die Energiepreise steigen. Die Unruhen in Kasachstan, das darf man ja nicht vergessen, die entstanden, nicht weil irgendwie die Leute sich über die Regierung geärgert haben, sondern weil die Gaspreise erhöht wurden. Und das kann ja hier auch passieren. Und diese Preiserhöhungen sind nachhaltig, laufen auch weiter. Also wenn wir jetzt 5,3 Prozent hatten, das ist zwar nur jetzt gegen Ende des Jahres gewesen, aber in den 70ern, die ich noch sehr bewusst miterlebt habe, ich bin 64 geboren, hatten wir eben die autofreien Sonntage in Deutschland, 73, 74. Da bin ich dann als Zehnjähriger mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren. Das ging auch, das war sehr schön, alle zweimal im Monat. Und das war aber, die 70er waren auch so eine Zeit der Stagflation, sprich Inflation und keine echte wirtschaftliche Entwicklung. Da laufen wir jetzt wieder rein. Also wir werden irgendwie die Wirtschaft am Laufen halten, aber es geht nicht voran. Und gleichzeitig frisst die Inflation Erspartes auf, vermindert Löhne und Gehälter. Die Gewerkschaften haben nicht mehr die Verhandlungsmacht wie in den 70ern. Das heißt, die Menschen werden relativ ärmer. In die Richtung wird es laufen. Und 5% klingt erstmal nicht viel, aber jetzt lass mal ein Messfehler von 2% dabei sein. Kann durchaus passieren, habe ich ja öfter darüber auch mich ausgelassen. Sind wir vielleicht bei 7%. Und 7% klingt auch nicht viel, heißt aber, dass sich alle 10 Jahre ihr Vermögen oder ihr Einkommen halbiert, wenn sich da nichts tut. Denn die Zahl 70 durch den Zinssatz gibt entweder Verdopplungs- oder Halbierungszeitraum. Und da sind wir bei 10 Jahren. Also 7% ist heftig und in der Zeit der Stagflation in den 70ern hatten wir eben durchschnittlich über dieses Jahrzehnt 5,2%. Das ist schon sehr, sehr viel. Das ist schon sehr, 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 sehr viel. Auch das ist schon sehr, sehr, sehr gut. możesz aber auch besser onvenani,Fit das garAbede kendi in deridofe. Das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Sie haben auch lange mal gemacht. Und da ist schon sehr, 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 vieles, sehr, sehr viel Fähig. Vielen Dank.